Moin Jungs, 80s back und willkommen zu einer neuen Folge von Eine Chance für, diesmal an der Reihe, Circuit Superstars. Das ist ein Top-Down-Racer, der trotz seiner ungewöhnlichen Kameraführung einiges an Spaß, sehr viele coole Momente, aber auch ein bisschen Frustration mit sich bringt. Und wie das genau ist, schauen wir uns heute an mit den Features des Spiels, ein bisschen Gameplay und zu guter Letzt noch ein Fazit. Wenn euch das Ganze gefällt, gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Vergesst außerdem nicht meinen Kanal zu abonnieren, das ist gratis und ihr könnt es euch später immer noch anders überlegen, aber jetzt würde ich sagen, rein da! Fangen wir erstmal mit den Basics an. Bei Circuit Superstars gibt es sieben verschiedene Fahrzeugkategorien, die man auf sieben verschiedenen Strecken racen kann. Die Strecken bieten eine gute Abwechslung und sind wunderschön designt und auch wenn man es nicht glaubt, sehr anspruchsvoll. Alle Autos sowie der eigene Fahrer sind vom Aussehen komplett customizable. Das heißt, du kannst Designs für Lackierungen, du kannst die Farbe der Lackierung, du kannst die Räderfarbe ändern, du kannst dir verschiedene Rennanzüge und Helm-Designs dreischalten und du kannst überall die Farben ändern, genauso wie du es haben möchtest, sogar bei den Handschuhen. Und das erlaubt dir einfach das Spiel so auf dich zuzuschneiden, wie du es gerade haben möchtest und wie du es cool findest. Es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade von Amateur bis hin zu Superstar. Superstar ist natürlich das Schwerste. Ich fahre momentan selber noch auf Master. Man kann bis zu zwölf computergesteuerte Gegner haben, man kann aber auch mit bis zu drei Freunden zusammen gleichzeitig an einer Konsole spielen. Dazu gibt es auch noch einen Online-Modus, da kann man glaube ich auch mit bis zu zwölf Leuten spielen. Dieser befindet sich allerdings momentan noch in der Beta-Phase. Einige der Strecken haben sogar auch noch alternative Routen. So gibt es zum Beispiel bei zwei Strecken noch eine kürzere Variante. Die KI fährt weitestgehend gut, manchmal etwas aggressiv und manchmal vielleicht auch etwas unfair, aber insgesamt bietet sie immer einen guten Kampf und genau das schauen wir uns jetzt mal an in einem Rennen. So, und da sind wir auch beim Rennen auf dem Sugarhill-Track. Wir haben 15 Runden, spielen auf Pro und ich habe mich extra im Qualifying an die Seite gestellt, damit wir vom letzten Platz starten, wie ihr hier seht, damit wir ein bisschen aufholen können, weil das ein bisschen spannender glaube ich ist, als wenn ich einfach dem Feld vorne wegfahren würde, wie ich das vorhin in der Probeaufnahme schon mal geschafft habe. So, damit geht es auch los. Gucken wir mal, ob wir hier ein paar Plätze direkt gut machen können. Ja, können wir. Aber da muss man sehr langsam werden, wir haben ein bisschen das Heck verloren. Immer Side by Side, nicht so geil hier. Aber den holen wir uns wieder. Richtig, die AI bremst ein bisschen früh. Dafür ist sie Mid-Corner sehr stark. Oder was heißt sehr stark, aber wenn man eine Dive-Bomb macht, muss man immer ein bisschen aufpassen, dass die einen dann nicht von hinten wegdrückt. Weil auch wenn die beim Entry von der Kurve echt nicht sehr stark sind, sind die mitten in der Kurve sehr schnell. Aber jetzt haben wir trotzdem die Nummer 10 überholt. Könnte an der Farbkombi liegen, dass die so scheiße sind. Dann sind wir schon 9. Wir haben auch schon das nächste Opfer im Blick. Die Nummer 0. Ich wusste nicht, dass man die 0 überhaupt haben kann. Uh, da gab es einen kleinen Crash. Aber uns hat es zum Glück nicht beeinflusst. Die Nummer 0 ist jetzt dafür ganz schön nach hinten gefallen, aber das kann mir relativ egal sein. Es gibt hier keine Strafen im momentanen Stand von dem Spiel für Dirty Driving. Also habe ich damit kein Problem. Wir haben Schaden und Abnutzung und so weiter alles aus, weil ich das einfach entspannter finde, so zu fahren. Und es soll ja auch Spaß machen, von daher. Der Typ ist mir aber mal hinten drauf gefahren. Ai, ai, ai. Und hier muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu weit rauskommt, weil dann könnte man auch gut mal über den Curb sliden und hat dann nicht unbedingt so viel noch Manövrierfähigkeit. Sagen wir lieber so. Aber wir kommen hier gut nach vorne. Wir sind schon 6. Wir haben schon die Hälfte aller Plätze aufgeholt. Das ist sehr wichtig. Letzte Kurve nicht so gut gemacht. Sieht man auch an der Zeit. Können wir hier? Ja, können wir. Und hier, das meine ich. Die sind dann in der Kurve viel schneller wieder auf dem Gas, als man selber. Da muss man dann immer so ein bisschen sich breiter machen, als man eigentlich ist. Aber vor allem der größte Tipp ist einfach, merkt euch, dass die Typen wesentlich früher bremsen, als man das vielleicht selber tut. Auch wenn euer Bremspunkt vielleicht ein bisschen später kommt als deren, seid ihr dann trotzdem im Motorraum von dem. Jetzt sind wir auch schon im 4. Platz. Jetzt trennt nur noch einer von den Podiumplätzen. Und wir sind ungefähr bei der Hälfte des Rennens. Das sollte also machbar sein. Die anderen sind jetzt auch nicht fürchterlich weit weg. Der dritte Platz ist direkt vor uns. Und ein bisschen weiter sieht man auch schon den zweiten. Und ich glaube, der erste war auch gerade kurz im Bild. Wir lassen es mal und gehen jetzt hier rein. Da gab es ein bisschen Kontakt. Und da auch. Dreh mich nicht. Podium. Position. Da haben wir noch 5,5 Runden, um uns die anderen zu krallen und uns den Sieg zu holen. Das sieht ganz gut aus. Und eine neue schnellste Runde. Und die erste Kurve auch mal wieder gut genommen. So. Na, ein bisschen zu weit. Aber Divebomb hat geklappt. Zweiter Platz jetzt. Das war ein guter Move. Es gab so ein bisschen Kontakt, aber nicht zu viel. Da bin ich aber weit raus. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Aber wir konnten den Platz noch halten. Hier auch zu weit raus. Der dritte Platz ist schon zu weit weg von uns, als dass er das ausnutzen könnte. In die Kurve kann man eigentlich auch gut überholen. Aber ich habe es bis jetzt eigentlich immer gelassen, um dann entweder in die Kurve hier zu überholen oder in die übernächste. Die nach der Schikane hier. So, hier sind wir schon fast nebeneinander. Jetzt nur nicht zu weit raus. Perfekt. Into the lead. Und jetzt müssen wir nur noch für zwei Runden Position halten. Und dann ist der Sieg unser. Die Menge applaudiert schon und tobt. Unsere Glanzleistung kann ich auch verstehen. Und die letzte Kurve. Und Spielsatz und Sieg. Und nochmal die schnellste Runde direkt gemacht. Perfekt. So will ich das doch sehen. Finish in Style. Also wie ihr gesehen habt, es hängt wirklich am meisten davon ab, welche KI-Stufe man wählt. Ich habe jetzt hier Pro genommen, damit ich dabei noch reden kann. Und ich konnte easy vom letzten Platz das Rennen gewinnen. Hätte ich das Rennen jetzt auf Master gestellt, sehe das Ganze mit Sicherheit schon anders aus. Ein weiterer wichtiger Punkt aus meiner Erfahrung ist, das Rennen entscheidet sich im Qualifying, nicht im Rennen. Wenn du dich gut qualifizierst und im besten Fall die Pole kriegst, hast du so gut wie gewonnen. Wenn ich zum Beispiel mich als 8., 9., 10. qualifiziere und erst noch durchs komplette Feld fahren muss, verliere ich damit oft so viel Zeit, dass die Leader dann schon viel zu weit weg sind und ich die nicht mehr einholen kann. Die Wichtigkeit der richtigen KI-Stufe sieht man aber auch in der anderen Richtung, wenn man eine Stufe nimmt, die viel zu leicht ist. Zum Beispiel habe ich extra für dieses Video mal getestet, was passiert, wenn ich auf Amateur stelle und einfach mal damit ein paar Runden fahre. Ich habe das komplette Pack nicht einmal, nicht zweimal, dreimal, nicht viermal, fünfmal überrundet innerhalb von 15 Runden. Worauf man natürlich auf jeden Fall achten sollte, ist, dass man innerhalb der Strecke bleibt, denn das Spiel hat Zeitstrafen. Wenn man bestimmte Stellen an bestimmten Kurven zu sehr cuttet, dann kriegt man eine Zeitstrafe und man wird nochmal kurz langsamer gemacht, damit man keinen zu großen Vorteil dadurch kriegt. Andere Arten von Strafen gibt es meiner Erfahrung nach bisher nicht, kann aber sein, dass die das in Zukunft noch hinzufügen. Eine Neuerung, die während ich dieses Video hier aufnehme, noch hinzugefügt wurde, ist eine brandneue Strecke, die nicht nur Asphalt, sondern auch Sand bzw. überhaupt unterschiedliche Bodenbeläge hat. Das Update, was diese Strecke gebracht hat, hat auch noch die Supertrucks gebracht, die am ehesten von all den Fahrzeugkategorien für Offroad-Strecken gebaut wurden. Jetzt denkt ihr euch, das ist ja alles gut und schön, aber gibt es auch so klassische Race-Gameplay-Mechanics, wie einen Boxenstopp, einen Reifenwechsel, Uftanken oder sowas? Natürlich, gibt es, kann man aber ganz nach seinen eigenen Vorlieben anpassen. Man kann sagen, wie viel Abnutzung man haben möchte, man kann sagen, wie viel Schaden man nehmen kann, man kann den Schaden, die Reifenabnutzung und den Spritverbrauch auch komplett ausstellen. So mache ich das persönlich, weil das für mich einfach mehr Spaß bietet, aber das kann man ganz nach seinen eigenen Vorstellungen und Wünschen einrichten und auch für jedes Rennen extra nochmal einstellen. Der Boxenstopp läuft dann ganz normal, man fährt in die Box, sucht nach seiner eigenen Pit-Crew, fährt in den Spot, hält an, die machen ihren Job. Das sieht man dann an so einer kleinen Drehzahl und wenn die dann voll ist, kann man losfahren. Die Reifen haben eine feste Wechselzeit. Beim Sprit ist es je nachdem, wie viel Sprit man haben möchte, desto länger muss man halt stehen bleiben. In der Box ist jeder ein Geist, das heißt, du kannst die anderen nicht in die Wand rammen, weil du nicht möchtest, dass sie dich überholen. Geht nicht, ich habe es versucht, glaubt mir. Während des Rennens kann man natürlich den Zustand der Reifen, den übrigen Sprit und den Zustand seines Autos immer in so kleinen Messständen unten links im Auge behalten. Das sind soweit sämtliche Features des Spiels. Kommen wir jetzt noch zum Fazit. Fangen wir diesmal zunächst mit den Kontra-Argumenten an. Als allerersten Punkt habe ich, dass das Handling-Modell eher auf Understeer anstatt Oversteer beruht, das heißt, selbst bei 80er-Formel-1-Autos rutscht man eher vorne weg, wenn man in eine Kurve fährt, als dass mal das Heck ausbricht, was man dann korrigieren könnte mit einem kleinen Drift, was wiederum mehr Spaß bringen würde. Understeer ist leider immer so, dass man nicht weiß, ob man die Kurve noch kriegt und das hat jetzt nicht unbedingt was mit Spaß zu tun. Als zweiten Punkt habe ich, auch wenn ich die Kameraführung an sich sehr interessant finde, wünsche ich mir trotzdem noch eine Option für eine Onboard-Kamera, wie man das aus klassischen Rennspielen kennt, einfach auch, um die Strecken mal aus einem anderen Licht zu sehen. Der nächste Punkt ist, dass es noch, und die Betonung liegt auf noch, etwas wenige Strecken bzw. Fahrzeugkategorien gibt. Es gibt jetzt gerade sieben Strecken und sieben Fahrzeuge. Natürlich, das Spiel ist noch in der Entwicklung, das heißt, es werden auf jeden Fall noch weitere kommen, das haben die Entwickler auch gesagt, aber beim momentanen Stand des Spiels wird der Wunsch nach mehr Fahrzeugen doch relativ schnell sehr groß. Dann der nächste Kontrapunkt ist, dass man den Sound nicht leise genug machen kann. Also man kann die einstellen, Musik und Sound, aber selbst die leiseste Einstellung ist immer noch viel zu laut, meines Erachtens nach. Also da würde ich mir wünschen, dass es da noch deutlich tiefer geht. Und als letzten Punkt habe ich, dass es teilweise sehr frustrierend sein kann. Aber das liegt mehr an einem selbst als am Spiel, weil wenn man nicht in der Zone ist und die Kurven und die Strecke generell nicht so fährt, wie man es muss, wird man sehr schnell auf dem letzten Platz sein. Das ist trotzdem auch ein Problem vom Spiel, weil es vor allem beim Spiel passiert und dann hat man keinen Bock mehr auf das Spiel und das ist ja nicht der Sinn. Und als letzten Punkt, der nicht wirklich ein Kontrapunkt ist, ist, dass der Multiplayer momentan noch nur in der Beta ist, weil man einfach noch nicht wirklich mit seinen Freunden zusammenspielen kann, was das ganze Spiel natürlich noch mal 3000 Mal geiler machen würde. Aber auch da, das wird noch kommen, das haben die Entwickler auch bereits bestätigt. Das Spiel hat aber auch sehr viele gute Seiten und die zeige ich euch jetzt in den Pro-Argumenten. Da haben wir zum einen, dass sowohl die Strecken, die Fahrzeuge, aber auch der eigene Charakter so geil und schön designt sind. Also ich könnte mir dieses Spiel auch einfach nur angucken. So schön finde ich das. Wenn man am Anfang von einem Rennen so über die Karte fliegt, schock güzel. Als nächstes haben wir, dass es coole Fahrzeugkategorien gibt. Es sind abwechslungsreiche Kategorien. Es gibt Formel 1 Autos, es gibt Super Trucks, es gibt LKWs, Muscle Cars, GT-Fahrzeuge. Alles eigentlich, was man möchte. Der dritte Punkt ist, dass man komplett alles von den Farben, Lackierungen, Mustern und so weiter einstellen kann. Dann sogar das Visier von deinem Helm kannst du mit zwei Farben einstellen. Und das fand ich wirklich cool. Das hat mich überrascht. Das hätte ich nicht gedacht. Als nächsten Punkt haben wir, dass die KI nicht nur echt gut ist. Egal auf welcher Stufe du dich gerade selber befindest, bieten dir meistens immer einen guten Kampf. Aber du kannst sie auch perfekt anpassen nach deinem jeweiligen Skill-Level und ob du eine Challenge haben möchtest oder nicht. Der fünfte Punkt ist, dass man sich relativ schnell an die Steuerung gewöhnt. Auch wenn die Kamera vielleicht etwas ungewohnt ist, wird man doch relativ schnell schlau daraus und man merkt, dass man eigentlich trotzdem ganz normal lenken muss, auch wenn die Kamera zum Auto gerade irgendwie in einem falschen Winkel ist. Als nächsten Punkt habe ich noch, dass das Hochleveln und das Freischalten neuer Lackierungen und Muster echt leicht ist. Du musst eigentlich einfach nur Rennen fahren, Rennen fahren, Rennen fahren. Du kriegst dafür Punkte und steigst dadurch im Rang auf. Das gibt dir einen Anreiz, aber es ist auch nicht so, dass du denkst, Alter, ich muss hier 100 Stunden reinstecken, nur damit mein Helm anders aussieht. Und als letzten und vor allem auch wichtigen Punkt habe ich noch, dass das Spiel aktiv geupdatet wird und nahezu wöchentlich Updates vom Entwickler kommen, die auch immer wichtige und essentielle Updates bringen. Bei einer Chance für bewerte ich die Spiele immer anhand von Schulnoten. Das heißt, 1 ist das Beste, 6 ist das, was ich früher in Mathe hatte. Circuit Superstars bekommen von mir eine glatte 2. Es gibt auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, aber es macht auch verdammt viele Dinge richtig, die ich teilweise sogar bei großen, bekannten Spielereihen vermisse. Natürlich ist es nicht perfekt, kein Spiel ist perfekt, es gibt immer noch ein hohes Frustrationslevel, eine geringere Anzahl an Fahrzeugen und Strecken, als es natürlich bei großen, fertigen Spielen vor allem auch gibt. Betonung auf fertig. Aber es ist halt trotzdem noch Work in Progress, es ist Early Access und deshalb bin ich da sehr optimistisch für die Zukunft gestimmt. Das war eine Chance für Circuit Superstars. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben, checkt die Playlist mit den anderen Folgen aus und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Hier gibt es jeden Tag neue Videos. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.